Hier sind Luai, Haar und Tore. Herzlich Willkommen. Annette, darf ich dich bitten? Ja, selbstverständlich. Komm, einmal mit. So. Und als ich von der Wette, Tore, Annette, Luai und Haar. Schön, dass du da bist. Wollen mich sehr. Herzlich Willkommen. Lass uns direkt an die Bar gehen. Wir zitieren an dieser Stelle mal Jennifer Rostock mit dem schönen Liedtext. Wir müssen uns nicht finden, wir sind immer an der Bar. Das stimmt. So, das hat er gesagt. Hab ich gesagt, ist richtig. So, als ich von der Wette gehört habe, dachte ich, das geht nicht. Weil man sich das nicht vorstellen kann, wie das gehen soll. Natürlich, sehr gerne. Du machst dir gemütlich. Ich lese mal kurz vor, was die drei Jungs vorhaben. Pass auf. Also Luai, dieser junge Mann, Haar und Tore wetten, dass sie Salty über eine Theke schlagen und dabei einen darauf stehenden Cocktail trinken können. Und das Ganze in 2 Minuten 30. Annette, du siehst hier diese Markierung. Ja. Diese gelbe Markierung. Bis dahin muss dieses Glas leer werden. Ihr seid total bescheuert. Das ist richtig. Das hören wir öfter. Und es ist das Prinzip Kolibri sozusagen, damit du eine Idee davon kriegst, wie das geht. Also die nehmen Anlauf, springen da drüber und im Flug wird getrunken und auch verdaut sozusagen und dann wird gelandet. Wahnsinnig ökonomisch. Genau. Ja. Wer ist auf diese seltsame Idee gekommen von euch? Auch wir drei eigentlich zusammen. So im Flug? Ja, eines Abends halt, wie wir so sind, ein bisschen Dummheiten gemacht. Früllein haben uns dann überlegt, wie kann man noch trinken. Über den Handstand sind wir dann nachher Wie kann man noch trinken? auf die Idee gekommen, das so zu machen. So. Es war auch Alkohol im Spiel. Können wir ruhig mal sagen an dem Abend. Wollten wir aber nicht. Unwesentlich aber. Don't drink and jump. Ihr macht euch schon mal fertig, bitte. Ja, geht auf eure Plätze. Müsst ihr doch nur einen kleinen Moment aufwärmen, ja? Ja, nur einmal kurz. Okay, lasst gleich schon die Schuhe hier. Du hast die Hosen. Hör nicht auf sie. Was hat sie dir gesagt? Nichts. Secret. Okay, also. Annette, du hast mal gesagt, dass du wahnsinnig gerne Trampolin springst. Ja. Für den Fall, dass das schief geht, wirst du eine Runde Power Trampolin springen. Kennst du das? Äh. Weißt du, was das ist? Hier, heute? Hier und heute. Schau mal kurz so ungefähr sieht das aus. Deswegen solltest du dir genau... Ach, verdammte Scheiße, das mache ich nicht. Doch, das machst du. Oh nee. Komm, geht noch besser? Ach, guck mal. Genau so wollen wir dich sehen, ja? Ja, hallo. Ja, eigentlich habe ich das Kleid an. Ich bin halt froh. Entschuldige mal. Ich freue mich sehr. Das ist einfach... Das ist ja fantastisch. Jetzt wird die Schuhe draus. Das ist einfach... Auch für Sie, liebe Offenburger, das ist einfach Extreme-Beine-Bauch-Po, ja? Yeah. Was glaubst du, können die das, ja oder nein? Die werden das selbstverständlich schaffen und ich werde mich selbstverständlich nicht zum Horst machen auf diesem Trampolin. So ist die Verabredung. So, okay. Jungs, ihr seid soweit. Ja. Ja, wir sind fertig. Gebt alles und denkt an Annette, ja, ihr würdet ihr damit eine große Freude machen. Andererseits wäre es sehr in unserem Sinne, wenn ihr verliert. Sage ich jetzt einfach mal. Du springst mit. Ich springe nicht mit. Ich habe schon Hula-Hoop hinter mir heute. Achtung, ihr seid soweit? Ja. Also, ihr habt genau 2 Minuten 30 Zeit. Da vorne ist die Markierung. Luay, Haar und Tore. Top. Die Wette gilt. Ja, hoah. Krass. Jawohl. 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 So. Haar wieder übermotiviert. Jawohl. Noch 2 Minuten Zeit. Ihr müsst tiefer fliegen. Perfekt. Ein Wahnsinn. Super. Jawohl. Noch 1,20. Ihr seid gut in der Zeit, Jungs. Das war ein tiefer Schluck. Jawohl. Das ist nicht ohne, weil wer zu tief fliegt ... Wie viel Zeit ist denn noch? Noch 1 Minute Zeit. Wer zu tief fliegt, verletzt sich möglicherweise minimal. Und wer zu hoch fliegt, erwischt nichts. Natürlich darf dieses Glas nicht umfallen. Das war ein guter Schluck Haar. Noch 40 Sekunden Zeit. Noch 30 Sekunden Zeit. Offenburg gibt noch mal alles. Noch 30 Sekunden Zeit. Und das Glas ist leer, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Wette gewonnen. Noch 20 Sekunden. Aber ... Das Ding ist durch. Ja. Oh. Ja. Toll gemacht. Kommt zu uns. Kommt zu uns. Toll gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Super. Ganz groß. Ganz, ganz groß. Annette, pass auf. Kommt zu uns. Ahoi Kiel. Schau mal, wir schauen noch mal kurz rein. Wir schauen noch mal kurz rein, weil man erst in der super Zeitlupe auch genau sieht, wie ihr wirklich trinkt. Pass auf. Zack. Da fliegen die Studenten wieder tief heute. Schau mal. Guck mal jetzt. Zack. Ein Schluckspecht. Oh. Was für ein schönes Bild. Wunderschön. Noch einer. Schau mal. Elegant. Voller Anmut. Voller Anmut. Absolut. Sehr gut. Danke. Sehr, 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 sehr gut. Boah, ist das geil. Boah, ist das geil. Super. Sehr, 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 sehr gut. Steht gleich dann mal einen aus. Sehr, sehr gut. Liebe Kinder zu Hause, morgen bitte nicht mit Orangensaft nachmachen. Morgen früh. Wie lange habt ihr trainiert schon diese Nummer? Sondern mit Apfelsaft. Wie lange habt ihr trainiert für die Nummer? Knapp drei Monate. Genau. Mehr Meisterchenlicht an. Was? Schon Pläne für demnächst? Mal schauen. Ja, heute Abend erst mal Aftershow-Party. So. So. Aha. Ich glaube, die Wirte in Kien werden jetzt schon nervös, wenn diese drei Typen demnächst gemeinsam die Kneipe betreten. Das war ein großer Spaß. Tore, Haar und Uhr. Herzlichen Dank. Macht euch gemütlich in der Kandidaten-Lounge.